Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprenge ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Ah, es ist dann. Bis dann. Bitteschön. Auf den Boden! Oh, das tat bestimmt weh. In Deckung! In Deckung! In Deckung! In Deckung! Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Oh, Mist. Verstärkung. Oh, Mist. Zurück! Gut. Wie viele Soldaten hat der denn? Zappt! Oh, Mann. Ja, ich glaube, das war der letzte. Das ist das Hotel. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Hey. Was? Hier drüben. Hier, schau mal, da ist deine Feuerleiter. Ja! Geschafft. Geht. ... Das war's für heute. Haben wir eine Wahl? Hilf mir mal hoch. Geschafft. Okay. Geschafft? Ja. Komm schon hoch. Okay. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Wirklich clever. Okay, bin drin. Oh, missed. Hier lang. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nate, los! Das bringt nichts. Ich brauch Strom, um dich herauszuholen. Hältst du noch durch? Klar. Ich werd mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Der Strom ist weg. Der Strom ist weg und sie stammt. Keine Sorge! Er ist hier drüben! Oh, nicht ein Glückstag! Er ist hier drüben! 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 Herr Minister! Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Ich hab's! Ach, zum Glück! Gleich geschafft! Komm! Und hoch mit dir! Na, das fängt ja an dir Spaß zu machen! Das ist hier drüben! Ich habe das hier drüben! Marco! Wirklich? Na kaum! Nein! Marco! Polo! Lampratte! Du bist so unprofessionell. Okay, hier lang. Und noch mehr klettern. Ja, so ist es doch immer. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Ach, die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo! Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarewitsch auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Drehort in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Statt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate. Wir müssen weiter. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüber kommen? Verdammt, pass auf. So ein Mist. Da! Hier, ich hab's nicht. Gib mir die Hand! Geh schon! Los, weiter! Hier durch! Alles okay? Ja, alles okay. Au, garandos! Ja, alles okay, okay. Looks kind of kinna mia. Verdammt, was tun die da? Das ist nicht gut. Oh, Mist! Bezieh's los! Halt ab! Halt ab! Stürzt ein! Scheiße! Boom! Spreng! Da waren wir beinahe drin! Hier lang, na los! Sieht so aus, als hätte das Hotel grad Nebensaison, was? Haha, na los! Ja, das ist doch so aus! Granate! Eine Brücke! Cool! Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück! Oh! Der Kerl ist nicht locker! Wunder! Die Widerstandskämpfer haben sie gebaut. Sie sind in der Lage von den Dächer zu kommen. Ja, so kämpfen jetzt! Die Widerstandskämpfer werden! Die Widerstandskämpfer werden! Die Widerstandskämpfer werden! Die Widerstandskämpfer werden kann. Das war's für heute. Das war's! Okay, lass die Brücke runter! Das war's! Oh, das könnte helfen. Das kann nützlich sein. Hey, das Kabel! Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. 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 Oh, hey! Nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn hier? Jack! Ah! 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 Ah!